Zu der Zeit, als sie starb, war ich in Sophies Atelier. Die Polizei ist gerade bei ihr, um mein Alibi zu überprüfen. Bedauerlicherweise konnte ihre Schwägerin ihr Alibi nicht bestätigen. Wie bitte? Hör endlich auf, den armen Schlucker zu markieren! Was meinst du? Ich weiß doch längst, dass du stinkreich bist und ein Schloss hast. Was? Sag mal, seid ihr eigentlich adelig? Patricia kann Frau Lopez nicht umgebracht haben. Was redest du da? Der Kassenbund. Sie war vorgestern Nachmittag hier, um die Reparatur von Niklas Saxofon-Koffer zu bezahlen. Nein, das können Sie nicht machen! Ich bin unschuldig! Ich habe nichts getan! Sag einfach gar nichts, das reicht. Das wäre eine Lüge. Selbst wenn Patricia in diesem Fall unschuldig ist. Sie ist mit so viel anderem davongekommen. Sophie, ich flehe dich an. Hilf ihr nicht! Je eher diese Frau aus unserem Leben verschwindet, desto besser ist es. Für uns alle. Wir können doch Patricia nicht unschuldig ins Gefängnis wandern lassen. Unschuldig? Sie hat Pauline bedroht. Sie wollte sie mit einer Schere ermorden. Sie hätte Leonard fast vergiftet. Ja, aber Frau Lopez hat sie nicht umgebracht. Der hier beweist es! Dann müssen wir ihn verschwinden lassen. Frau Lopez hatte Beweise, dass Patricia Mieler entführt hat. Die wollte sie uns schicken. Es ist dazu nicht mehr gekommen. Und wenn Frau Lopez gelogen hat? Ich meine, die Polizei hat bei ihr nie was gefunden. Weil Patricia die Beweise vernichtet hat. Ich weiß, dass Patricia euch das Leben zur Hölle gemacht hat. Aber für einen Mord würde sie lebenslang bekommen. Sophie, deine Skopel in allen Ehren. Aber hier geht es um die Sicherheit deiner Familie. Wenn du Patricia jetzt hilfst, dann werde ich dir das nie verzeihen. Mami und Papi? Ja? Und liebe Kolleginnen aus dem Tanzclub. Bitte eine lustige Gesellschaft bei unserer Hochzeit. Was? Die Illustrierte kommt auch? Nein, bitte keine Presse. Die Tageszeitungen werden schon da sein, wenn der Bürgermeister heiratet. Aber nicht die Illustrierte. Vor allem nicht diese Kiki vom Kalten Moor. Kiki vom Kalten Moor, die kommt mir nicht mehr über meine Schwelle. Nee, dafür sorge ich persönlich. Werner, du bist einfach der Beste. Herr Saalfeld? Ja? Haben Sie noch einen Wunsch? Nein, danke, mein Lieber. Sie sehen, ich bin wunschlos glücklich. Und die Sonnenbüchlers. Sonnenbüchlers. Ja, dann können die den ganzen Abend tanzen. Herr Sonnenbüchler hat ja bei Frau Sonnenbüchler noch was gut zu machen. Das wird wirklich das Mega-Event, das nicht zu top ist. Was hat Alfons denn bei seiner Edelagat gut zu machen? Ja, der hat doch ewig mit mir im Bräustübel getanzt. Naja, ich hätte dich nicht so lange allein lassen dürfen. Na, wir beide haben ja noch genügend Zeit zu üben bis zum Hochzeitswalzer. Zum Beispiel morgen auf deinem Geburtstag. Bin feierig aber nicht. Nicht feiern ist aber traurig, Werner. Aber nicht in meinem Alter. Wir haben ja sowieso noch das Mega-Event vor uns, das nicht zu toppen ist. Wir könnten ja hineinfeiern, nur du und ich. Ja, das wäre schön, aber das geht ja leider nicht. Wieso nicht? Ja, meinst du, da falle ich jetzt drauf rein? Ich bin doch nicht blöd. Die Verlobungszeit wird eingehalten. Keine gemeinsame Nacht vor der Hochzeit, ja. Ich hole dich morgen ab und dann feiern wir ein bisschen deinen Geburtstag. Hopi, aber keine Überraschung. Und schön den Mund aufmachen. Na, hier ist es doch besser als im Zelt, oder? Und den Tee, den trinkst du gleich. Die Sonnenbeschlöster sind wirklich herzensgute Menschen. Die haben uns ihr größtes Zimmer gegeben. Ich meine, meins wäre viel zu klein für uns beide. Ich bin kein Luxus geföhnt. Ich bin schließlich kein Schlossbesitzer. Oh, Mann. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, du willst mich testen. Ob du auf meinem Body oder auf meinem Geld stehst? Mhm. Na ja, dein Traumbuddy ist ja gerade ziemlich ausgenockt. Ich und ein Schloss. Gott, wie kann ich auch nur meiner kleinen, naiven Schwester glauben? Aber ich meine, das Foto von dem Schloss, das war so real. Warte mal, ich glaube, ich habe das hier noch. Soll ich mal. Ja. Hier. Schau doch mal. Ein gigantisches Schloss. Ja, aber nur mit einem kleinen Unterschied. Mhm. Mark Furschen wird mit A in Mark geschrieben. Und ich ohne. So ein kleiner Buchstabe macht die Millionen aus. Ja, aber der reiche Schlossbesitzer Mark Furschen ist nicht nur steinreich, aber auch steinalt. Also die Maße für einen Traummann sind 30, 90, 40. 30 Millionen auf dem Konto, 90 Jahre alt und, äh, 40 Treibfieber. Der ist enttäuscht, Ma. Und du Fieber. Naja, zumindest hast du das gemeinsam mit einem Traummann. Na. Nachrichten erst nach dem Piepton. Ich bin gleich wieder zurück, kleine Maus. Kleine Maus, wie süß. So nennt Werner mich auch immer. Was kann ich denn für Sie tun? Ich bereite gerade eine Überraschungsparty vor für morgen. Aber Werner wollte doch gar nicht feiern. Ja, das sagt er immer so, aber ich kenne ihn besser. Ach. Und wie sieht Ihre Überraschungsparty aus? Also, ich locke Werner in den Stall. Mhm. Und da haben sich dann schon alle versteckt. Ah. Und die Gäste springen dann aus dem Stroh. Genau. Und dann schenke ich ihm den Sattel. Und dann gebe ich ihm einen Kuss. Und dann kommen Sie. Sie und Ihr Mann kommen doch, oder? Ja. Ja, ja, natürlich. Willkommen. Ach, entschuldige. Ich bin doch schon wieder da. Ach, nicht weinen, Spätzchen. Ach, schau mal, wie lustig ich mit den Öhrchen wackeln kann. Oh, da macht sie schon wieder. Sie können aber gut mit Kindern. Mhm. Wünschen Sie sich auch welche? Ach, darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Ich habe ja auch noch Zeit. Oh, entschuldigen Sie. Oh nein. Ist was passiert? Der Sattel kann erst nächste Woche geliefert werden. Was mache ich denn jetzt? Ich verstehe ja, Friedrich. Patricia ist ein Biest und unberechenbar. Aber ich kann doch der Polizei keine Beweismittel unterschlagen. Musst du aber. Vergiss den Kassenzettel. Für den Fall, dass Patricia deine wahre Identität nicht verrät. Willst du vor Gericht aussagen? Als Sophie Stahl? Schwören, dass du die Wahrheit sagst und nichts heißt die Wahrheit? Daran habe ich gar nicht gedacht. Wir müssen uns im Hintergrund halten. Alles andere bricht uns das Genick. Aber was, wenn Patricia uns verrät? Das wird sie nicht tun. Was macht dich da so sicher? Ich habe meinem Anwalt eine Kopie der Aufnahme mit deinem Geständnis hinterlegt. Wenn mir was zustößt, dann... Dann reicht ihr die Aufnahme an die Polizei weiter. Bingo. Wichtig ist nur, dass du kein Wort über Patricias Alibi verlierst. Du hast sie doch mal geliebt. Und jetzt willst du sie plötzlich im Gefängnis sehen, obwohl sie unschuldig ist? Wir sind nicht ihre Richter. Wenn sie unschuldig ist, dann kommt es raus auch ohne Kassenbrunn. Halt uns da raus. Sonst passiert am Ende dir noch was. Halt, müssen wir keine Angst mehr vor deiner Mutter haben. Und ich tue zu viel das Richtige. Können wir alle endlich wieder gut schlafen. Also, Eutlein zu. Wer sei denn noch jemand hell war? Leider halten sich meine Töchter nicht immer an meiner Anweisung. Ja, junge Damen haben eben ihren eigenen Kopf. Für morgen hat uns übrigens eine andere junge Dame eingeladen. Zum Geburtstag. Geburtstag? Etwa von deinem Ex? Werner wollte ihn zwar unter den Tisch kehren, aber Poppy möchte ihn überraschen. Hoffentlich überlebt der arme Mann ihre Überraschung. Keine Sorge, ich werde deinen Werner schon nicht ärgern. Richte ihm einfach meine Glückwünsche aus. Wieso kommst du nicht mit? Ich verbringe den Tag lieber mit meiner Prinzessin. Wir müssen das doch genießen, dass er uns Patrician nicht mehr beherrlichen kann. Weißt du, was ich an der ganzen Sache nicht verstehe? Wieso behauptet Patrician ausgerechnet, bei Sophie gewesen zu sein? Sophie ist doch eine ganz aufrichtige Person. Die würde niemals eine Mörderin denken. Selbst ihre Schwägerin nicht. Wer weiß, was in Patricias kranken Gehirn vor sich geht. Hauptsache, sie wird uns ein für alle Mal vom Hals geschafft. Hier bleibe ich auf keinen Fall. Tut mir leid, wenn unsere Zelle nicht ihren Fünf-Sterne-Ansprüchen genügt. Sie haben keine Beweise. Aber Indizien. Eine tote Frau und sie waren am mutmaßlichen Tatort. Sie haben Spuren beseitigt und die Unwahrheit gesorgt. Und sie haben ein starkes Motiv, aber kein Alibi. Tja, sie werden sich wohl noch auf einen längeren Aufenthalt in unseren staatlichen Einrichtungen einstellen müssen. Ein guter Anwalt holt mich hier wieder raus. Sie könnten selbst aber auch etwas dazu beitragen. So ein Geständnis würde sich bestimmt strafmildernd auswirken. Hier steht auch kein Mord, mit dem ich nichts zu tun habe. War ja nur ein gut gemeinter Rat. Jetzt sag ich Ihnen mal was als studierte Juristin. Das ist Beeinflussung. Und die ist unzulässig. Mir persönlich kann Ihr Schicksal ja egal sein. Aber es wäre doch traurig, wenn Ihre kleine Tochter ohne Mutter aufwachsen müsste. Und so ein paar Jahre Unterschied macht so ein Geständnis durchaus. Und so ein Geständnis. Und so ein Geständnis. Wozu brauchen Sie denn einen Sattler? Für Werner's Geburtstag. Aber ich brauche keinen Sattler, sondern einen Sattell. Ach, das ist ja eine schöne Idee. Aber da muss ich leider passen. Außerdem ist das nicht schon ein bisschen sehr kurzfristig jetzt? Ja, ich hatte ja einen im Internet bestellt. Der kommt jetzt nicht bündlich. Ach, das ist ja nicht. Ja, das ist ja der Mist. Ach, Frau Stöhl. Hm? Ähm, Sie haben doch mit Leder zu tun bei Ihren Taschen. Ja. Also, ich bräuchte unbedingt einen Western-Sattel. Kennen Sie da jemanden, der so was macht? Tut mir leid, nein. Mist, das wird der traurigste Geburtstag, den Werner je erlebt hat. Oh, das ist ein Geschenk für ihn. Hm, und ich werde ganz ohne dastehen. Naja, ich weiß nicht, ob Ihnen das was hilft, aber ich habe Schnittmuster für Satteltaschen. Echt? Ähm, würden Sie da eine schneidern? Wenn ich Ihnen und Herrn Saalfeld damit eine Freude machen kann. Bis wann brauchen Sie es denn? Morgen früh. Oh, okay. Na, dann muss ich wohl wieder eine Nachtschicht einlegen. Ach, super, das wäre toll. Ähm, es muss auch überhaupt nichts Kompliziertes sein. Also, Hauptsache, es geht schnell und es sieht gut aus. Ich werde mein Bestes geben. Ich auch. Also, wegen der Finanzierung. Sie sollen ja auch dafür bezahlt werden. Ähm, könnte ich vielleicht in Raten zahlen? Wir werden uns schon einig. Super. Vielen Dank. Also, ich muss. Danke. 18 Euro macht's, bitte. Ähm. Äh, hier sind schon mal 15. Und, äh, Jonas, hast du noch Kleingeld? Portemonnaie liegt auf dem Sofa. Ah, Moment. Ähm, das ist alles für Sie. Danke. Sie sind für Sie. Guten Appetit. Danke. Tschüss. Boah, richtig gut. So wie du. Äh, das Geld für die Pizza bekommst du natürlich wieder. Nein, du bekommst noch Geld für meine Pizza. Woher hast du eigentlich so viel Geld? Äh, das war ein Vorschuss für die Autoreparatur von Wegner. Der wollte dir doch gar nichts zahlen. Kein Auto, keine Reparatur, kein Geld. Und das Auto steht ja gerade noch bei der Polizei. Na, die reparieren's mit Sicherheit nicht. Ist das wirklich ein Vorschuss? Ich, äh, ich erzähl mir ganz kurz was an. Jonas Dammann, sag mir die Wahrheit, kommt das Geld aus irgendwelchen krummen Geschäften? Nein, es ist ehrlich verdient. Womit denn? Mit nem kleinen Fotoshooting. Von der Fürstenhof-Zicke, wie sie gerade von der Polizei gecashed wird. Du hast ein Foto von Patrizias Verhaftung verkauft? Mhm. Die Zeitzung hat mir 200 Euro direkt auf die Hand gegeben. Ja. Und zurück die Stahl endlich mal zurück, was ihr euch Zimmermädchen immer antut. Für 200 Euro? Du, wir brauchen das Geld total dringend für die Renovierung von Wasserschaden. Refinanzierung nennt man sowas. Du hast sie doch nicht mehr alle. Wenn das irgendjemand aus der Geschäftsleitung mitbekommt, dann wirst du gekündigt. Und wie sollen die draufkommen, dass ich das war? Da steht doch nicht Copyright bei Jonas Dammann drauf. Das ist nicht lustig. Tina, das Foto könnt ihr doch von jedem sein. Das ist meine. Mit Nougat und einer schönen Schicht Marzipan. Werner liebt Süßes. Und die Kerzen dürfen natürlich nicht fehlen. Ich weiß gar nicht, ob ich so viel hab. Jetzt, wo der Herr Sattel schon nicht kommt und ich weiß gar nicht, wann die Tasche überhaupt fertig wird, da muss wenigstens die Torte perfekt sein. Ein bisschen früher hättest du mich schon informieren können. Werner hat jedes Jahr am gleichen Tag Geburtstag. Das hättest du wirklich wissen müssen. André, ist Niklas nicht da? Das bleibt wieder alles an mir hängen. Hast du von Patricia Stahls Verhaftung gehört? Du, mein Mitleid hält sich in Grenzen. Ich dachte, ich kann Ihnen vielleicht irgendwie helfen. Mir können Sie helfen. Womit? Wenn Plan A nicht klappt, braucht man einen Plan B. Aha. Ja, ich würde nämlich gerne das Ständchen nicht an der Hochzeit für Werner singen, sondern eher an seinem Geburtstag. Morgen Abend. Ist das nicht ein bisschen früh? Ach Quatsch, nein. Der kann ausschlafen und dann mach ich die Shampoosflasche auf und dann... Singen Sie. Genau. Und dafür muss ich heute Abend mit Ihnen proben. Ich weiß nicht. Werner Saalfeld hat das schon mal ertappt. Dann müssten wir das diesmal klüger anstellen. Heute Abend um die Uhrzeit hier. Es scheint so, als ob nicht nur Patricia Stahl verhaftet wurde. Sie müssen meine Frau da rausholen. Ja, auf Kaution oder was weiß ich. Sie sind der Fachmann. Wiederhören. Entschuldigen Sie, dass ich mich einmische, aber ich kann Sie nur zu gut verstehen. Das glaube ich kaum. Man verliebt sich in eine Frau, ist glücklich mit ihr heiratet. Plötzlich muss man feststellen, dass man sie überhaupt nicht kennt. Ja, ich brauche keine Beziehungsratschläge. Bei der Sorte Frau braucht man mehr als das. Bei mir ist dieser Fehler gleich zweimal passiert. Wie oft haben meine Frauen ihre Hände in Unschuld gewaschen. Ich bin immer wieder darauf reingefallen. Meine Ex-Frau Doris sitzt jetzt georber Zeit in der Psychiatrie. Wie wird man damit fertig? Tja, man muss weiterleben, ohne sich selbst zu zerfleischen. Nur weil man sich in die falsche Frau verliebt, ist man doch selbst kein Verbrecher. Ich dachte, nach Charlotte werde ich nie wieder eine Frau finden, die aufrichtig ist. Dann kam Papi. Ich habe von der Verlobung gehört. Gratuliere. Danke. Ich bin der beste Beweis, dass man auch nach einigen Fehlgriffen immer noch die richtige finden kann. Na ja. Sie haben ja die Chance, viel früher anzufangen als ich. Ich bin der beste Beweis. Zum Wunsch. Was war die Flasche da? Ich wollte dich fragen, ob der Werner wohl schmeckt, weil das ist ja kein echter Champagner. So. Da empfehle ich dir den. Oh, ist der nicht zu teuer für mich? Dann schenke ich ihn dir eben, damit du dich nicht blommierst. Oh, danke, das ist aber lieb von dir. Ja, du hast mir auch sehr mit deiner Recherche über Ian geholfen. Ach, das war doch selbstverständlich. Hättest du ein bisschen besser aufgepasst, dann wäre dir aufgefallen, dass du den Namen Macpherson falsch geschrieben hast. Ja. Mein Macpherson hat gar kein Schloss. Wie, dann ist dein Schotte gar nicht stinkreich? Nein. Das tut mir leid. Ach, man kann nicht alles haben. Und der Mann ist einfach nur ein Traum. Aber davon kann man sich ja nichts kaufen, hast du immer gesagt. Zerbricht dir darüber mal nicht dein kleines Köpfchen. Und jetzt? Viel Vergnügen auf deinem Rentnergeburtstag. Poppy? Nimm den Fusel bitte auch mit. So. Ne, bloß nicht so warm. Nein, das Wasser ist für Ihren Tee. Thank you. Es ist wirklich nett, wie Sie sich um mich kümmern. Alles, wie es mir meine Frau aufgeschrieben hat. Drei Tassen Holunderblütentee, ein Fußbad, ein Schal, haben wir auch, und Tabletten gegen Gliederschmerzen. Das hat mir alles meine Frau angeschafft. Angeschafft? Ja, das sagt man so, in Bayern, wenn man das tun muss, was die Frau sagt. Und von einem schottischen Whisky hat Ihre Frau nichts geschrieben. Nein, nein, nein. Steht da nix. Aber wenn's Ihnen besser geht, dann könnte man vielleicht was spielen, dass die Zeit schneller vergeht. Ja, great. Was halten Sie von Würfeln, solange unsere Dame noch arbeiten müssen? Ja, okay. Okay, dann hol ich's. Ja. Telefonkling. 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 Hallo? Hallo, Beccy. Wie geht's dir? Ja, ich bin gut. Es ist ein bisschen kalt, keine Probleme. Ja. Ich mag dich auch. Du, you know, I will always love you, Becky, baby. Ja. I will call you back. Bye-bye. Meinetwegen hätten Sie jetzt nicht auflegen müssen. Oh, das war nicht so wichtig. Und, was spielen wir? Ja. Hast du kurz Zeit? Ich habe Patricia einen Anwalt besorgt. Der möchte morgen mit dir sprechen. Es geht um ihre Aussage, dass sie zur Tatzeit hier im Laden war. Kann jemand so dreist lügen? Sie war ja hier. Wann? Das weiß ich eben nicht so genau. Entschuldige, ich darf dich da gar nicht mehr reinziehen. Und, was, wenn ich sage, dass sie um halb drei hier war? Du machst keine Falschaussage. Ihr habt mich ja alle gewarnt. Jetzt muss ich eben auch dafür büßen, dass ich mich in die falsche Frau verliebt habe. Danke. Danke, dass du da bist und mir zuhörst. Du bist momentan wirklich der einzige Mensch, dem ich vertrauen kann. Entschuldige. Tja. Meine Frau ist wahrscheinlich eine Mörderin. Niklas, ich wünsche, dass am Ende alles gut wird. Danke. A, A, B, C, D. Nein, 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 C, D, E, F, G. Warum sind die Noten eigentlich nicht in der richtigen Reihenfolge, so wie beim ABC? Weil es Noten sind. Wollen wir noch mal? Lieber das Lied, weil wenn ich die Worte auf die Noten singe, dann klappt es irgendwie einfacher. Okay, passt. Oh, super, 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 Bernie, oh, oh, super, super, Bernie, oh, ich bin verrückt nach dir, oh, super, super, Bernie, klappt doch ganz gut, oder? Viel besser als beim letzten Mal, aber wir sollten trotzdem noch ein bisschen üben. Nils, hast du wieder deinen Schlüssel vergessen? Hier ist Werner Saalfeld. In die Küche, in die Küche, hey. Dr. Niederwil. Moment. Ich dachte schon, sie wollen mich die ganze Nacht da draußen stehen lassen. Es tut mir leid, ich musste mir noch etwas überziehen, ich habe mich etwas aufs Ohr gehangen. Ich will noch nicht lange stören, ich wollte André nur auf ein Bier hineinladen. Das trifft sich gut, André ist bereits im Bräuchstüber. Oh, wie schön, schließen Sie sich uns doch einfach an. Das ist eine sehr gute Idee, aber ich will nicht stören. Ich bitte Sie, Sie sind mein Gast. Ich möchte mich nämlich für meine Unterstellung von neulich entschuldigen, als ob Sie und Poppy. Nein, also wirklich eine sehr schöne Idee, aber ich bin sehr müde und gut, dann eben ein anderes Mal. Ja, dann entschuldigen Sie bitte. Kein Problem. Und einen schönen Abend noch. Oh, da wären wir fast aufgeflogen. Mir wären fast die Ausreden ausgegangen. Kann ich auch was haben, das man essen kann? Und dann – okay. Ich bin ein Mensch. Nicht. Nein. Ja, ich bin eins. Du, hallst. Nein. Nein. Was ist das? Wenn ich sie Euhlippe besPOgt. Ich, Patricia Stahl, geborene Dietrich, gestehe. Ich, Patricia Stahl, geborene Dietrich. Ich, Patricia Stahl, geborene Dietrich. Ich, Patricia Stahl, geborene Dietrich. Das darf doch nicht wahr sein. Das darf doch nicht wahr sein. Ich quäle ihn doch schon genug, weil er glaubt, dass er seine eigene Schwester liebt. Und jetzt muss er auch noch denken, dass seine Frau eine Mörderin ist. Dabei habe ich den Beweis, dass Patricia unschuldig ist. Friedrich verzeiht mir das nie, wenn ich Patricia helfe. Dass mir Friedrich so wichtig ist. Dabei ist er gar nicht mein Vater. Aber andererseits kann ich Niklas doch nicht so schrecklich leiden lassen. Was soll ich denn nur machen? Alles, alles Liebe zum Geburtstag. Danke, Charlotte. Das ist nett von dir. Möchtest du nicht frühstücken? Keinen Appetit. Aber einen Kaffee trinkst du doch mit mir. Na gut. Möchtest du lesen? Ich bin schon fertig. Tja, großartige Werbung für den Fürstenhof. Danke, kein Bedarf an schlechten Nachrichten. Weiter hinten stehen bessere Neuigkeiten. Hab jetzt nicht den Kopf dafür. Ein Bürgermeister, der keine Tageszeitung liest. Was willst du mir damit sagen? Gar nichts. Weiter hinten steht etwas, das dich sicher interessiert. Aber wenn du nicht willst... Ja, ja, komm. Gib schon her. Oh Gott. Hey. Ist das, Rieb? Ja. Für den besten Papa, Schwiegerpapa und Opa. Die Herzen sind Glückwünsche von seinen Lieben. Alle meine Kinder haben unterschrieben. Bei noch mehr Kindern bräuchtest du eine Doppelseite. Bloß nicht. Also, was Kinder kriegen, das überlasse ich jetzt der nächsten Generation. Ich habe mir meine Pflicht und Schuldigkeit getan. Schau mal. Das ist von Sandra, Lukas und Anna. Danke. Womit wird dich eigentlich Poppy überraschen? Bis bezüglich brauche ich keine Überraschung mehr. Habt ihr gestritten? Ja. Poppy betrügt mich. Morgen. Morgen. Morgen, Chef. Wenn bei Ihnen die Wände schon trocken sind, könnte ich heute schon anfangen zu streichen. Ich werde vorschlagen, nach der Schicht gehen wir einfach los, suchen eine Farbe aus und dann... Mich würde viel mehr interessieren, was du zu diesem Foto zu sagen hast. Wir haben... ...gut getroffen. Also, wenn man die blöden Umstände mal wegdenkt, das ist wirklich fotogen, Ihre Frau. Wir haben noch das Foto dir zu verdanken. Nein, da waren ja viele Leute... Lüg mich nicht an, Jonas! Da war niemand außer dir. Wir zwei haben zusammen die Kräuter geholt. Aber ich habe das ja für Sie gemacht. Was? Mit dem Geld kann ich jetzt die Farbe zahlen, damit ich renovieren kann. Sag mal, spinnst du? Glaubst du, du kannst doch einen Fuß bei uns in die Wohnung setzen? Wie soll ich ihn sonst streichen? Ich gebe es dem Maler und du bekommst die Rechnung, ganz einfach. Dann bist du viel zu teuer, oder soll ich denn... Du hast doch ein Wort und du wirst gefeuert! Du musst da was missverstanden haben. Poppy Scharlack auf dem Boden und der Doktor hat angeblich ein Nickerchen gehalten. Was ist da Mist zu verstehen? Wahrscheinlich können Exotik-Tänzerinnen gar nicht treu sein. Ach, so ein Unsinn! Poppy liebt dich und das klärt sich sicher auf. Sprich bitte mit ihr! Will mir mein Geburtstag noch mehr versauen? Was soll ich machen, Frau Lotte? Pack doch weiter aus! Die Kinder haben sich so eine Mühe gemacht! Happy Birthday to you! Alles, alles Gute zum Geburtstag, mein Schatz! Ich habe mir überlegt, wir machen heute einen schönen Ausritt. Ich habe im Stall schon alles vorbereitet. Ich bin schon mit André verabredet. Komisch, davon hat er mir gar nichts gesagt, als ich ihn eingeladen... Ähm... Ich dachte ja, du hast doch heute Geburtstag und wir machen heute was besonders Schönes. Ja, mache ich ja. Hä? Was ist der denn? Hat der eine Mitleidkrise? Ich fürchte, er hat etwas in den falschen Hals bekommen. Ist er krank? Nein, er hat Ihre Überraschung falsch verstanden. Aber wie kann man denn was falsch verstehen, wovon man noch gar nichts weiß? Ach! Ho, ho, Wildigatt! Na, schau her, da wird sich der Senior aber freuen. Oh, eine ganze Seite! Ha, die war aber teuer, he? Na ja, also wenn man es durch fünf teilen kann, dann geht's schon. Sag mal, hast du dich gestern um unseren schottischen Patienten geküppert? Ja, so wie du es mir aufgeschrieben hast. Und, geht's ihm besser? Jetzt lass dir doch nicht alles aus der Nase ziehen. Ja, Hildiga, das geht ihm besser, wesentlich besser sogar. Er konnte schon wieder ganz angeregt telefonieren. Also, wenn du das so sagst, da steckt doch irgendwas dahinter. Also, entweder du sagst mir jetzt, oder du machst einen Abwasch. Er hat mit seinem Baby telefoniert. Mit wem? Ja, und gesäuselt hat er. Wie er sie doch vermisst. Also, hast du jetzt was falsch verstanden? Also, Hildiga, auf mein Englisch darfst du dich schon verlassen. Außerdem hat er sofort aufgelegt, als ich reingekommen bin. Ach, du liebe Zeit! Hat der Kerl tatsächlich eine Frau daheim? Naja, wie heißt's so schön? In jedem Hafen eine andere Braut. So was soll's ja geben. Ja, da. Papa, Schwiegerpapa und Opa. Mensch, jetzt gerade, wo die Schweizer endlich mal zu ihren Gefühlen steht. Ja. Was meinst du, dann müssen wir die Natascha warnen? Nee. Also, das sollten wir mal lieber nicht tun. Du bist ja nicht als Spaß an der Freude mit mir zum Angeln gegangen, hm? Kann ich nicht meinen Geburtstag verbringen, wie ich will? Ich weiß es ja wirklich sehr zu schätzen, dass du lieber mit mir zusammen bist, als mit Poppy. Würdest du bitte deine Klappe halten? Die Fische beißen sonst nicht an. Sagst du mir, was dich gebissen hat? Glaubst du, Dr. Niederbühle heißt das mit Poppy? Für Michael lege ich meine Hand ins Feuer, ja? Der ist doch schon die ganze Zeit hinter ihr her. Jetzt will Poppy auf einmal, dass wir die Nächte vor der Hochzeit getrennt verbringen, während sie gestern Abend heimlich deinen Mitbewohner besucht, während du im Bräuchstügel warst. Du glaubst, die haben die sturmfreie Bude ausgenutzt? Sag mal, kannst du dir keinen anderen Grund vorstellen für Heimlichkeiten? Einen Tag vor deinem Geburtstag, hm? Eine Überraschung? Was soll das für eine Überraschung sein, wo Sie Dr. Niederbühls Hilfe brauchen? Tja, vielleicht haben Sie mir ja einen schicken Rollator rausgesucht. Schucka, Schucka, Berni! Oh, oh, Schucka, Schucka, Berni! Oh, oh, ich bin verrückt nach dir! Oh, oh, Schucka, Schucka, Berni! Oh, oh, Schucka, Schucka, Berni! Oh, oh, sei doch lieb zu mir! Danke, dass du mit mir bei der Polizei warst. Fühlst du dich denn besser? Ja, aber Friedrich wird's nicht verstehen. Trotzdem war's gut, die Wahrheit zu sagen. Ja, aber jetzt wird wahrscheinlich der Kampf mit Patricia und Frau vorne losgehen. Die gehört in den Müll. Und das auch. Ja, ja, mach ich. Niklas! Patricia kommt frei. Ja, ich hab den Kassenbon gefunden. Von der Reparatur von dem Saxophonkoffer. Und da steht exakt die Uhrzeit, an der Frau Lopez gestorben ist. Wir waren damit gerade bei der Polizei. Sie kann zur Tatzeit überhaupt nicht dort gewesen sein. Bist du sicher? Du bist ein Schatz. Ich hoffe, dass sie mir verzeihen kann, dass ich ihr nicht vertraut hab. Schucka, Schucka, Berni! Oh, oh, Schucka, Schucka, Berni! Oh, oh, sei doch lieb zu mir! Oh, oh, Schucka, Schucka, Berni! Oh, oh, Schucka, Schucka, Daddy! Oh, oh, ich bin verrückt nach dir! Schucka, Daddy! Schucka, Daddy! Oh nein, hab ich was falsch gemacht? Nein, Poppy, du hast alles goldrichtig gemacht. Ich, ich bin der Dumme, der das falsch gemacht hat. Ich hab geglaubt, du betrügst mich. Ach doch, das würd ich doch nie tun. Alter, schützt vor Dummheit nicht. Du bist der Allerliebste und der Allerklügste. Alles Liebe zu deinem Geburtstag. Also, bevor die Kerze ausgeht, ja? Happy Birthday to you! Happy Birthday to you! Happy Birthday, lieber Werner! Happy Birthday to you! Happy Birthday to you! Happy Birthday to you! So, und jetzt musst du dir was wünschen. Aber erst wird kräftig gepustet. Ha, ha, ha! Und? Was hast du dir gewünscht? Was soll ich mir denn noch wünschen? Ich hab doch alles, das dich glücklich macht. Nachhaltig aufwärtig! Ich bin jetzt schädig! Ich bin jetzt auf den fl thenen Gereich. Ich bin jetzt glücklich! Ich bin jetzt glücklich! Ich bin jetzt glücklich! Jungs! Ich bin jetzt ein frisch! Ich habe keinen Hunger. Ich habe auch kein Essen. Sie werden mich nicht zu einem Geständnis drängen. Ich bin unschuldig. So wie es aussieht... Was wollen Sie mir sagen? Dass Sie auf unsere Gastfreundschaft verzichten dürfen. Ich bin frei? Ihre Schwägerin hat nun doch bestätigt, dass Sie zur Tatzeit bei Ihrem Laden waren. Ich habe es doch gesagt. Hätten Sie mir geglaubt? Glauben ist gut, Beweise sind besser. Sophie Stahl konnte ihr Alibi mit einem Kassenbomb belegen. Dann haben Sie die Fäsche. Davon bin ich nicht überzeugt. Wie auch immer, ich gehe jetzt nach Hause. Ich kann Sie leider nicht aufhalten. Der Haftbefehl wurde aufgehoben. Und eine Anklage wird es nicht geben. Sie sind mir nicht böse, wenn ich nicht auf Wiedersehen sage. Ein Ständchen zu meinem Geburtstag, dass ich nicht drauf gekommen bin. Na ja, da drin wäre ja auch kein Platz für Fische gewesen. Du hast ja auch keinen gefangen. Ich habe den süßesten Goldfisch an Land gezogen, den es überhaupt gibt. Ja schon, ein reizendes Fischlein, deine Poppy. Ja, und treu. Obwohl Michael wesentlich jünger ist, hast du. Poppy liebt mir ebenso, wie ich bin. Mit all meinen Falten. Ein Fauxpas mit Schokolade, das hat sie gar nicht gemerkt. Sag mal, stört es dich nicht, wenn man über dich tuschelt? Was stört es eine Eiche, wenn sich eine Wildsau drin scheuert? Ich komme das Verstehen zu, verhängst du dir wieder den Rücken. Sag mal, und wenn der Altersinterchied doch ein Problem wird? Ich meine nicht jetzt, aber irgendwann. Ach, weißt du, all diese Wenn und Aber, die habe ich aus meinem Bordstand gestrichen. Mit Poppy genieße ich das jetzt und hier und heute. Ja, genießen ist ja okay, aber heiraten? Wenn ich eine Frau nie hätte heiraten dürfen, dann war es Barbara und Doris. Aber Poppy liebt mich nicht wegen meines Geldes. Poppy liebt mich so, ohne jegliche Forderung. Wobei, 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 wobei. weißt du ja, geh zum Bordstand. Hey, da bist du ja. Ich habe schon gewartet. Setz dich doch, ähm, du hast bestimmt Hunger. Ich muss erst mal um dir die Dusche. Klar. Oder soll ich dir ein Baht anlassen? Nicht nötig. Patricia, es tut mir so leid, dass ich dir nicht vertraut habe. Erspra uns das, bitte. Ich weiß, wie du dich fühlen musst. Wurdest du schon mal des Mordes verdächtigt? Ich hätte dir vertrauen müssen. Ich hab dir geschworen, dass ich mit der Sache nichts zu tun hab. Weißt du, anfangs sah es ja wirklich sehr komisch aus alles. Aber jetzt hat Sophie den Kastenbon gefunden und alles ist gut. Reiß einfach auf. Nein, 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 das hast du so liebevoll verpackt. Ich wollte dir was anderes schenken. Ich hoffe, du freust dich. Ich weiß, was du mir hast schenken wollen. Die Überraschung hebe ich mir noch auf. Bin ich sehr gespannt. Oh, Poppy. Poppy, was ist das für eine tolle Satteltasche? Wow. Sophie Stahl hat sich extra Mühe gegeben, weil sie wusste, dass ich dich glücklich machen wollte. Das ist dir auch voll aufgelungen, Liebling. Danke, danke. Danke. Das ist mein schönster Geburtstag. Sugar, sugar Daddy. Sugar, sugar Daddy. Du weißt schon, dass er Sugar Baby heißt, gell? Ja, aber ich finde, Daddy passt viel besser, weil du ein richtig toller Vater bist. Wenn wir uns beeilen, dann kann unser Kind bald mit Mila spielen. Unser Kind? Ich finde, wir nutzen die Flitterwochen dafür. Werner, ich will ein Kind mit dir. Soll ich im Herbst meines Lebens noch einmal Kinderwagen schieben und Windel wechseln? Werner, ich kann dir nur raten, überlege es dir gut. Bevor ihr heiratet. Miss you, Morph, Becky. Ich finde Patricia auch furchtbar, aber hier geht es schließlich um Mordverdacht. Hauptsache, du kannst gut schlafen. Was du mir und Mila damit antust, das ist dir vollkommen egal. Ich such Ian McPherson. Der wohnt doch hier, oder? Nicht direkt. Wer sind Sie? Und Sie? Die Ältere von uns beiden. Ja, eindeutig. Also, Antwort. Antwort. Wie schön. Mach ein Kannst du das? Honestly. Vielleicht ist dir mon 可以다가